Schicki, am Sonntag wartet das 333. Wiener Derby. Wie groß ist die Vorfreude bei dir? Ja, riesengroß. Für mich ist es das erste Derby mit Zuschauern. Ich habe bis jetzt nur in der Coronakrise gegen die Austria spielen dürfen und deswegen freue ich mich irrsinnig auf das Spiel am Sonntag. Ich hoffe viele Zuschauer im Stadion und ich hoffe am Ende fahren wir mit drei Punkten nach Hütteldorf. Es ist natürlich das wichtigste Spiel im Jahr in der Bundesliga für Rapid gegen Startrevalen. Es ist immer eine enge Partie und ich freue mich extrem darauf. Was macht für dich persönlich ein Derby besonders? Ja, ich habe es vorhin als kleiner Bub schon gerne die Spiele geschaut. Da war immer eine hitzige Stimmung, da ist immer heiß hergegangen, viele Zweikämpfe, hitzige, gute Spiele und auf das freue ich mich, dass ich das jetzt auch live erleben darf und ich glaube mit den Zuschauern wird das sicher dann nochmal besonderer als wie gesagt die letzte Zeit ohne Zuschauer. Wir spielen. Der Rapid-Austria ist einfach etwas Besonderes und gehört einfach dazu im Fußball. Kommen wir ganz kurz zum Sportlichen. Was wird wichtig sein, um dieses Derby für uns entscheiden zu können? Ja, ich glaube, wenn wir so auftreten wie die letzten Male, dann haben wir sicher gute Chancen. Ja, wir wissen wie die Austria spielt, wie sie agieren, aber wir werden das sicher gut machen und als Sieger auf den Platz gehen. Ich glaube, da geht es am Sonntag im Derby einfach nur um die Tagesverfassung. Da zählen die letzten Spiele nicht, da zählen die kommenden Spiele nicht. Am Sonntag ist einfach nur Fighten angesagt, wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen und ich glaube, wenn wir unser Bestes auf den Platz bringen, dann gehen wir als Sieger auf den Platz.